Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Hoppala. Und ich bin hier schon mal wieder zu unserem Freund gegangen. Alter, hier, mein Freund. Ihr seid ein viel gesuchter Mann, so wie ich. Auch mein Kopf wird gesucht und ich muss meine Familie für die Reise in die Sicherheit nach Masjah vorbereiten. Könntet ihr meinen letzten Auftrag im Austausch gegen Informationen für mich beenden? Hoffen wir. Einige Männer in Juba'irs Quartier müssen eliminiert werden. Seid schnell, mein Freund. Okay, mal schauen, ob wir das diesmal schaffen. Autsch. Oder ob wir wieder scheitern werden. Der da unten guckt gerade hoch. Jetzt nicht mehr. So, Nummer 1. Nummer 2 ist hier unter uns. Da ist er. Ja, Mr. Laufen, Gott, welches Hoppala. Wir müssen aufpassen, dass wir den nicht irgendwo umlegen. Und ich will sie sehen, das Problem hat hier. Beim letzten Mal ständig. Oh, schön hinterher. Oh, da kommt schon wieder einer. Ich wollte gerade zuschlagen. Ja, genau. Geh auch noch mit in seine Richtung. Verdammt. Okay, hier könntest du... Oh, geh mal weg, Frau. Sonst lieg ich dich gleich aus Versehen um. So. Wo haben wir noch einen? Irgendwo. Okay, hier. So. Autsch. Welcher ist das jetzt? Der, der da steht? Nee, der. Der da vorne ist, das. Komm, geh weiter. Oh, shit. Oh, shit. Ey, das waren alle, oder? Noch nicht fertig? Hä? Ist doch keiner auf der... Ah, da hinten ist der. Den habe ich nicht gesehen. Hallo? Noch nicht fertig? Ey. Eilt euch? Oder sie holen meine Familie? Ja. Ich spüre es. Ah, jetzt kann ich gehen. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und ruhig. Okay. Entschuldigung. Aua. Ah, ich hoffe, was kriegen wir jetzt hin. Warum behelle ich dir mich? Wohl. Aha. Der hier ist es. Ah. Komm, geh irgendwo in Würdigkeit. Ach so, Scheiße. Und so, wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch für mich offenbar. Und nun mal werde man die Feuerwehrbrüche. Och, Mann. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das kann doch nicht wahr sein. Hätten wir es fast geschafft. Oder auf einmal sind wir aufgeflogen und ich weiß nicht genau, warum. Toll, hat auch nicht geklappt. Und. Hoppala. Na gut, dann rennen wir einfach mal ein bisschen. Äh, toll. Er hängt in der Steuerung fest. das kann nicht sein mann fast geschafft ist das nervt dazu ein bisschen 13 und schon wieder kurz bevor wir abtauchen das kann doch nicht sein dass das nie dass das so nicht funktioniert na gut also nochmal aua ok ok holt die Flagge um um das ist ein Rennig hier so großen Umweg um an so schnell dann wird er mit dem Unsinn auch auch kultisch hoch muss sie durch nein der ist es nicht der ist es den großen Hinterhalt Achtung dreht ja um der Sack ok gut dann legen wir wieder hier drin um an die den nächsten ist auch hier irgendwo die wer die Sechsen dieses der ist es darauf wenn er hier durchgeht ach Mist es hat nicht ganz so geklappt wie das Worte hier kann ich nichts machen kann ich doch wo ist der hoppala müssen wir aufpassen wir haben noch knapp zwei Minuten wir verstecken uns mal ganz kurz kurz abwarten warten warten ich hoffe wir müssen in der Zeit nicht auch noch zurück komm schon das gibt es doch gar nicht wird jetzt immer grün bleiben das müssen wir so irgendwie versuchen das Problem ist nur wenn wir da zu nah hinkommen okay und jetzt läuft unsere Zeit auch noch ab der Typ hier ist es das geht es bestimmt nicht gut komm schon rennen 10 9 scheiße komm schon komm 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 3 2 verdammt noch nicht fertig ah oder sie holen meine Familie ich spüre es nein paar Sekunden verdammt na gut scheiße scheiße okay so geht es nicht okay ich muss aber wirklich verdammt vorsichtig vorgehen es hätte fast geklappt es hätte fast geklappt ich war nur ein paar Sekunde spät nur weil ich da gestürzt weil ich da in den einen reingerannt bin oh man wie das jetzt nervt wochen wird die Dreck mit das steht auf anderen Seite hier irgendwo okay jetzt aber auch das nicht geht noch aus dem Weg Leute so 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 er hat hinter dem zu auf einmal er stimmte ist der erste verschwindet zum Glück hier verdammt also wirklich höllig aufpassen neuner dann nicht aber wo ist der Fall ist das verstand dass er die Wahrheit die ihm zuteil wurde verbreiten muss und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete wurde er auf mir offenbar und ich werde euch den Weg zeigen hier irgendwo ach der ist das verstand dass er die Wahrheit die ihm zuteil wurde verbreiten muss hier kann ich jetzt nicht umlegen hier sind zu viele so wurde er auch mir offenbar und ich werde euch den Weg zeigen nur weil unsere Väter und Vätersväter in der Dunkelheit darben müssen wir es ihnen nicht gleich tun dies ist ein Neubeginn lasst euch von Zubair zu Erlösung führen lasst euch von ihm ins Leben führen jetzt müssen wir das wieder machen das ist doch scheiße ist das doch wir haben sie auch alle umgebracht warum vor allem dass die zwei an der selben Stelle rumlaufen das ist echt mies was wie das nervt ey Mann wie das nervt ja genau ich glaube auch Mann 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 Na gut dann werden wir gleich erstmal da unten den Bürger retten dann nehmen wir den mit dem Helm hier zuerst so so die Frage welchen Niederlage oh Gott wo kommt der sagt denn her so wow das gibt's so ey Okay, irgendwie klappt es ja jetzt gerade alles nicht so ganz gut. Du bist der Nächste. Oder doch, du? So. Ja, ey. Okay. Das ist sowas. Ey, cool, die helfen uns. Dann hauen wir mal ganz schnell ab. Hier habt ihr nichts zu suchen, okay? Du bist ja auch nicht mehr erwünscht. Du bist überflüssig geworden. Oh, ein Templer. Na gut. Ach. So, unten sind wir. Und tschüss. Und tschüss. Okay, Freunde. Und ich sage, im nächsten Part machen wir hier weiter. Bis dann. Also, bleib dran. Bis dann. Und hoffentlich schaffen wir es im nächsten Part. Also, ciao.